Hallihallo Hallöchen und Willkommen zurück zu Overwatch! Mal gucken, was die anderen so wählen. Und wie gesagt, ich habe die anderen noch nicht gespielt, also habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber wie gesagt, wir schauen jetzt mal, was die anderen spielen und wählen dann demnach so ein bisschen aus. Wir sind Verteidigung, wir haben schon Torbjörn, wir haben eine Widowmaker, das ist eigentlich schon mal ganz gut für die Verteidigungsstellung. Noch eine Saiya. Also eigentlich könnte man jetzt schon was Damage-lastiges wählen. Hm, ich wähle mal McCree. Ja, ich werde mal McCree spielen. McCree hat... Also McCree ist natürlich ein Revolverheld, er hat eine mittlere Schwierigkeit. Und seine ultimative Fähigkeit heißt auch Revolverheld. Das heißt, man visiert jemanden an und kann dann mal schießen. Ich hasse diese Ultimate, ich finde die ganz, ganz furchtbar und ich finde, das ist eine der schlechtesten. Dann kann er sich vorwärts rollen und ist danach sofort nachgeladen. Ich zeige das mal. So, das wäre es jetzt. So, dann hat er noch eine Blendgranate, mit der man Gegner betäubt, wo ich irgendwie noch nicht so richtig firm drin bin, die zu benutzen. McCree habe ich tatsächlich schon mal gespielt. Und er hat den Friedenstifter. Das heißt, wenn man abschießt, immer eine Kugel hintereinander weg, dann lädt er nach. Und man hat nur sechs Kugeln und das ist nicht so besonders viel. So, jetzt müssen wir uns aber wirklich mal auf den Weg machen. Wir sind schon sehr, sehr spät dran. Habe ich schon Spray für McCree? Ja, habe ich schon. Most Wanted habe ich. Ja! Das Dumme bei McCree ist, man muss halt echt nah ran, um zu schießen. So. Ja, und den Toter da gleich weggebasht. Zenyatta gleich weggebasht. Also es ist eigentlich schon... McCree hat schon ein bisschen was drauf, aber so wirklich gut waren wir da jetzt nicht. Aber es ist auch... Ich... Bin halt nicht so extrem episch mit dem. Muss ich zugeben. Muss ich zugeben. So, jetzt kommen sie natürlich von der anderen Seite. Oh, jetzt stehe ich hier schlecht. Ich stehe hier echt verdammt schlecht. Yeah. Yeah. Verdammt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich muss mich da jetzt erstmal reinfuchsen. So ein Sheet. Ja. McCree kann ich halt nicht. Was soll ich sagen? Hey, ich habe eine Ulti. Jetzt kann ich euch die Ulti mal zeigen. Sie ist wirklich nicht besonders toll. So. Jetzt schließen wir da mal drauf. Und jetzt habt ihr gesehen. So toll ist es nicht. Muss vorsichtig sein. So. Den haben wir weggebasht. Den haben wir auch nochmal weggebasht. Waren wir es überhaupt? Keine Ahnung. So, wir holen uns mal hier die Heilung. Und da, wir haben Infrarotsicht. Das heißt, sie kommen da hinten gleich wieder um die Ecke. Oder auch nicht. Vielleicht laufen sie auch hier an der Seite rum. Sieht eher danach aus. Das heißt, sie kommen jetzt hier gleich durch. Was, sind die alle tot? Nein. Das hat mich jetzt auch gewundert. Jetzt brauchen wir den gar nicht mehr. Ui. Oh, Scheiß. Wunderbar. Na, wir können uns mal wieder die kleine Heilung da holen. So. So. So schnell kann ich gar nicht schießen, wie die, die Leute töten. Und ich hab nur noch 5 lives. Könnt ihr mich mal heilen, oder was? Mann, Mann, Mann. Wir holen uns mal die große Heilung. Hier ist ja furchtbar. Da kommt auf jeden Fall schon jemand. Wir kriegen halt nicht die Kills. Wer ist denn da? Ich bin... Nein, ich sing das Lied jetzt nicht. Naja, immerhin hat die Ulti noch mal was rausgehauen, würde ich sagen. Ach, ja. Hey, nur brauchst du für Zielfortschritt. Ansonsten bin ich einfach nur schlecht. I'm pretty sorry. Ich bin einfach nur schlecht. Ich bin einfach nur schlecht. Ich bin einfach nur schlecht. so ein Scheiß habe ich wohl getan Mist Juhu, Level 5 Wir haben eine Lootbox eine Lootbox Wir bleiben bei McCree den ganzen Part lang egal wie schlecht ich ihn spiele Jaja, Irgendwo ist immer 12 Uhr Mittags Hallo So Aber so geil finde ich es gar nicht Es sieht irgendwie geiler aus als es jetzt so aussieht Kein Plan Wo ist denn echt hier? Was? Da ist der Reaper Das hält mich jetzt auch verwundert Er geht sowieso fliegen Natürlich nicht mal getroffen Ich bin im Aimen Echter Wahnsinn, habt ihr es gemerkt? Bin richtig der Wahnsinn im Aimen Ja Greif den Zielpunkt an Wir werden es tun Ja Ich muss hier mal kurz zur Seite Und Ist hier noch irgendwo jemand? Da Ich reiß mir das Ziel unter den Namen Yeah Sehr schön Jihai 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 Ich muss näher ran Ich muss näher ran Oh verdammt Meine Zeit ist noch nicht gekommen Du 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 Ich glaube wir haben gleich gewonnen Und weil ich gestorben bin habe ich einfach mal nichts erreicht So scheitert es wie Hope Jaja, hat uns alles nichts gebracht. Wir sind einfach schlecht. Oder ich bin einfach schlecht, sagen wir es so. Ich bin einfach scheiße. IceFrog! Wir nehmen dann direkt mal IceFrog. Ja, 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 ja. Numbani! Oder Numbani oder keine Ahnung was das heißt. Äh, McCree. Also wir haben dann schon Tracer gespielt, wir haben Soldier gespielt und jetzt spielen wir McCree. Und warum haben wir eigentlich McCree keinen anderen Skin angezogen? Verdammt! Gerechtigkeit von steckt sich nicht von allein. Gerechtigkeit von Harika. Gerechtigkeit von Harika. Gerechtigkeit von Harika. dein dir 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 D-D-D-D-M. Kommt, putt, 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 putt! Oder kommt ihr hier? Kann natürlich auch sein. Na? Yeah. Yeah. Oh Gott. Yeah. Jeehaaa! Gibt's hier irgendwo Heilung? I need here, I need here, I need here. Oh, ein Schuhgeschäft. Hübsch, hübsch. Wobei die Schuhe ja relativ langweilig aussehen. Die innen habe ich nicht getroffen, verarschen! Ja, ich auch Wir brauchen einen Heiler Ja, brauchen wir That's true Aber ich kann im Moment nicht wechseln Weil ich einen Schar vorstelle Geile Ampeln übrigens Hier oben, finde ich Das finde ich echt mega geil Richtig zukunftsweisend So, wir können ja auch mal richtig aimen Ihr seht, das geht auch Das geht sogar relativ gut Das geht sogar relativ gut Wir sind übrigens jetzt Level 4 und ich Level 5 Ich bin heute nur ein bisschen blind Kommt her So, fehlt noch jemand? Ja, ist auch gerade gestorben Schade Eeeh Ja, 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 ja Weißt, Volk hat bestimmt gleich wieder den besten Kill wegen seiner Maschine hier oben Also mit Torbjörn. So, wer ist da oben? Verdammt, nicht getroffen. Wo bist du? Verdammt, verdammt, verdammt. Warum ich nicht weggeheu? Oh no, verteid ich den Punkt. Ich hab keine Lust, das noch länger zu spielen. No, 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 no. Ja, ich komm ja schon. Geht hier oben lang. Oh man, ich bin zu doof zum aimen. Warum springe ich nicht auch einfach zur Seite? Warum bin ich eigentlich so blöd? Schade, dass man immer nur einmal das sprayen kann und nicht öfter. Wir haben gleich gewonnen. Yeeeah! Victory! Oh, geiler, geiler Style. Das ist, äh, also der hier ist ein geiler Style. Das ist sogar ein legendärer. Fett, fett. Hat er einfach mal Loot-Glück gehabt, würde ich sagen. Okay. Okay. Eisenhower. Eisenhower. Vielen Dank. Ähm... McCree. Ach, McCree können wir noch nicht umziehen. Welchen Skin hätte ich hier gerne mal für McCree? Der ist geil. Der ist mega geil. Den da. Also ich möchte eindeutig diesen Skin hier. Pokerass. Der ist echt cool. Den hätte ich gern. Bitte, bitte in der nächsten Lootbox. Dann geht's mit dem. Dann geht's... Ich mach's mit... Das war's für heute. Ja. Ja. Ja, den Zuschauer da hinten habe ich gar nicht gesehen. Ich will McCree nicht mehr spielen. Die Stunde hat geschlagen. Das kann doch nicht sein. Das ist ein Scheiß, ey. Okay. Das kann doch nicht sein. Jetzt müssen wir echt Punkt B verteidigen. Wie mies wir sind. Okay, ich bin auch echt mies mit dem Char hier. Das nur, weil ich ihn euch zeigen will. Verdammte Axt. Die Errüstung greift zu. Ja. Die Errüstung greift. Die Errüstung greift. Verdammt. Ich geb's auf mit dem Katzpratzen hier. Ich kann's halt einfach nicht. Ich bin echt schlecht. I'm so sorry that I am so bad. Aber vielleicht habt ihr ja mega Spaß dran, dass ich hier so rumfaele. Gerummel. Gerummel. Ich bin echt gut. Ich bin echt schlecht im Aim, hab ich schon mal erwähnt. Mann, Mann, Mann. 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 Ja, es wird wieder. Also langsam kann ich mich reinspielen und jetzt ist die Zeit gleich rum. Also, es ist ohnehin unser letzter Part für heute. Sehr schön. Ich habe dich im Visier, in Augenblick dran. Der Feind ist ihr. Ich bin weg. Ich bin weg. Juhu! Juhu! Yeah! Yeah! Sehr fein, sehr fein. Es wird wieder besser, schalalalala. Oh! Ja, es wird schon gut! Uuuuuhhh, man. Eine halbe Minute noch, dann ist es vorbei. Und gewinnt! Juhu! Und damit ist der Part für heute auch beendet. Sag ja, Torbjörn. Naja, wir verlassen das Netsch-Metsch-Metsch-Metsch-Netsch-Metsch-Bläh-Bläh-Bläh. Und gehen mal unsere Lootbox öffnen. Was spuckt sie denn aus? Hm. Mhm. Oh ja, das gefällt mir. Jetzt haben wir ein Spieler-Icon und auch noch einen coolen dazu. Ja. Ja, das war's dann auch schon wieder. Und damit auch komplett für den Part. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich mit diesem Spiel, wenn ihr nicht noch McQueen spielen müsst. Ich sage hoffentlich bis zum nächsten Mal! Eure Thimble-Tag, die Overwatch süchtig ist. Bye-bye! Bye-bye! Ja. 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 Vielen Dank.